Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Spring durch Portale und freu dich Energiekapseln Nicht anfassen Du darfst nicht mit dem Feuer spielen Du darfst keine spitzen Gegenstände benutzen Du darfst es nicht anfassen Mess Da ist eine Energiekapsel Und wer weiß aus welchem Spiel das war Bitte in die Kommentare schreiben Ist auch für den Algorithmus nicht schlecht Und ich freue mich nebenbei Das ist Sympel Moment, ich habe gesagt, das ist simpel. Moment, wir haben noch nämlich den 45 Grad Winkel erreicht. Das sieht prima aus. Dann können wir hier ein Portal hinmachen. Und hier auch. Und dann sollte das eigentlich ohne Probleme durchflutschen. Hui. Na, ist ein bisschen zu niedrig. Aber es zählt. Hey. So. Ähm. Das Problem ist jetzt. Ich glaube nicht, dass ich straight rüber bauen kann, weil dann sind die Stapler, die Versuchsobjekte, zu schnell da. Bevor hier die Sperre weggeht, weißt du? Wie ist die hier? Weißt du? Weißt du was ist Schwein? Weißt du was ist Schwein? Ähm. Ähm. Da braucht es auch gar nicht versuchen. Das funktioniert nicht. Moment. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Den Weg muss es trotzdem zurücklegen. Äh. 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 Boah. Das war wieder schlau wie Schlumpf am Werk, ey. Äh. 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 Das ist, äh. Wahnsinn. Äh. Okay! Tch! Wow! Hui! Ich baue alles für ein Portal, ist mir doch egal! Geht das? Ah nein, das muss weiter runter. Alles andere wäre doch langweilig, oder? Ja! Ich liebe das! Alles toll! Kann man das spiegeln? Warum kann ich das schon wieder nicht spiegeln? Ich verstehe das nicht. Ich mache das mal in den Nummern stabiler. Nee! Muss doch funktionieren! Das Level sieht so simpel aus! Da! Das dauert zu lang! Beziehungsweise zu kurz! Oh, ich habe eine Idee! Ich bin so doof! 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 Ich kann das auch nicht spiegeln! Doch! Mann. Oh, das ist schwierig. Oh, nö. Ich komm da nicht dran, ne. So, jetzt. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Weg gespart. Äh. Mir fehlen grad Portale. Das muss doch jetzt wieder hier irgendwo hier unten in, oder? Ja. Ach ja, da war ich... Mannu! Oh! Oh! Geht doch! Speichern! Aber der Konvoi, der wird nix. Die Brücke wird sowas von zusammen klappen. Können wir nochmal die Dreckplatz stabiler bauen? Wir bauen die Dreckplatz stabiler. Zumindest... Ach, wir könnten... Ne, wir können nicht. Doch, wir können... Ah, guck mal hier. Wir können sowas von stable bauen. Ja, guck mal. Konvoi. Ne, das funktioniert jetzt. Hä? Bitte was? Aber, aber, nö. Seh ich nicht. Ach so, jetzt geht's natürlich nicht mehr. Jetzt haben wir's. Easy. Nächste Kamera. Zack, zack. Schaufensterbummel. Ist ja zur Zeit nicht so möglich. Aber hier in Portal ja... Was ist das denn hier für ne... Ach so, das ist diese... Ach du Scheiße, jetzt wird das hier so kompliziert. Ich wollte doch simple Level haben. Kann man nicht einfach ne weiße Wand hier hin klatschen und dann flümpf flümpf fertig oder wie oder was? Geht leider nicht. Aber warum der... Das ist also... Mäh. Ach so, äh, bauen kann ich nur hier, seh ich gerade. Das ist... Ja, guck, das ist klar, was man hier machen muss, ne. Man muss... Der muss da drauf. Weil das ist wieder so ein Doppelfall. Da muss was drauf liegen bleiben. Simpel. Beste Konstruktion wo gibt. Scheiße. Ja gut, okay, das funktioniert schon mal nicht. Aber das ist doch richtig, da muss... Hä? Und das deaktiviert man damit. Höh? Äh? Äh... Okay. Da ist... Da... Da ist auch noch so ein Ding. What? Oh, das habe ich ja gerade gemacht, da bringt ja nichts. Okay, das können wir uns direkt... Das macht... Nö. Also, wenn ich den Cube darauf... ...fallen lassen würde... Dann... Oh. 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 schon was die wollen man kann mit einem cube zwei man kann mit einem cube zwei dinger drücken ja man muss noch kommen ja 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 Yes, yes. Oh, guck. Boah, geil. Was bringt mir das jetzt? Nichts. Ich hab noch ein anderes Problem. Äh. Jetzt sag nicht, dass ich mit ähm Problem ist folgendes. Die schießen mich sofort ab, da der Turret. Turret. Das heißt, ich muss das irgendwie aktivieren. Vorher. Das... Hä? Ich fahr mal. Ich fahr mal. Das war keine Chance. Hier oben ist noch Speed-Soße. Was zum... Ach, hier ist ja auch noch was. Hä? Ich raff das nicht. Wie kann ich denn den Laser deaktivieren? Das ist alles dieser Knopf hier. Der deaktiviert den Laser. Der aktiviert das hier. Und das hier. Das heißt, ich muss... Wie komm ich denn da drauf? Das macht wenig Sinn. Ach, lol. Die hab ich ja noch gar nicht... Oh Gott, ernsthaft? Kann es sein, dass ich mit diesem... Mit diesem einen Würfel alles aktivieren muss hier? Ja, sicher. Ist gar kein Problem. Oh mein Gott. Das heißt... Das kommt weg. Okay, das ist nicht dafür. Das ist nicht schönt. Das ist nicht so... Das ist nicht so, dass ich michають getrenne. WIE! 5 Ähm Ach so Der Der Würfel, der kann durch den Laser durch? Warum sachen wir halt keiner? Dann können wir uns das ja eigentlich alles sparen, hier such ein theoretisch gesehen Kann das weg Das kann hier hin. Manu! Jetzt aber. Ja. Kann es sein, der... Nö. Oh. So. Bevor ich jetzt irgendwas anderes probiere. Wenn ich jetzt da drüber fahre. Ah nein! Ich brauche den Cube ja noch da oben für. Der muss ja zurückkommen. Okay, dann macht das gar keinen Sinn, was ich hier gerade vorhabe. Äh, ich gehe mal komplett zurück. Das muss so. Das muss so. Und das muss dann irgendwie dahin. Und dann passt das schon. Und dann brauche ich hier auch ein Portal, was hier ist. Und dann kommt das da raus. Äh. Ui. Manu! Nee, das geht jetzt nicht. Hä? Guck mal, ich habe fast den auch noch aktiviert. Äh. Ich glaube, das war der Fehler. Aber das hat doch jetzt gut funktioniert. Das war so schnell, da kamst du gar nicht hinterher. Wee. Fünf, 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 fünf. Boah! Bringt mir nur gar nichts, weil die fahren ja gleichzeitig auch noch. Und die fahren ja hier unten eh lang. Machen wir das mal so. Aber jetzt prallt der wahrscheinlich dagegen. Jaaa. Jetzt muss ich da irgendwas bauen. Ich muss irgendwas bauen. Das war eine scheiße Idee. Das muss kleiner werden. Ja, das, das schaut gut aus. Ob es funktioniert, sehen wir gleich. Hä? Warum ist denn der jetzt so komisch da? Ich habe nichts geändert. Das spüren wir mich verarschen. Ah? Ja? Boah! Hä? Ja gut, dann ändere ich das halt wieder um. Ich will mich komplett verarschen. Nein, der trifft das Ding nicht. Warum? Ey, du kannst mich mal. Ich kann das nicht umdrehen. Doch kann ich. Hä? Das hat die ganze Zeit funktioniert. Und jetzt auf einmal... Jetzt passt natürlich das hier nicht mehr. Ich werde den hier noch bekloppt. Oh, ich muss responsabilitäts machen. Das war ein Punkt für denistierten Tag. Oh, ich muss natürlich das. Ich muss peten. Ich muss das. 不安, ich muss das leben. Ich muss das leben. Ich muss das leben. Oder, ich muss das so leben. ich mach den selben fehler nicht noch mal macht aber keinen sinn jetzt ist das wieder gerade das bringt mir nix der muss dahin aber wie krieg ich den dahin ok machen wir anders machen wir anders wir bauen jetzt ganz anders da kann weg das machen wir so das ist eine schöne idee ja 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 ich werde hier noch weich das liegt alles in der konstruktion die nicht funktioniert würde ich übersehen was ganz großes ist ja auch ich könnte ja noch hier kann ich nicht nur eigentlich ich könnte so machen geht das macht hat sinn ja ja das funktioniert alles ist gut ja 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 nein das gibt's nicht kann ich hier noch ein phön hier installieren der den würfel irgendwie was ist das denn jetzt schon wieder warum ist der 10 geblieben muss muss ich nicht verstehen ne da gibt's nicht das gibt es nicht so reicht das vielleicht um den knopf zu erwischen also wenn das jetzt nicht funktioniert ja wohl guck mal guck mal guck mal guck mal jetzt haben wir soo jetzt können wir endlich weitere portale setzen und zwar dorthin und dann ist natürlich die frage das macht wenig sinn weil die sonne ich probiere es einfach mal mal sehen was passiert let's go äh äh das habe ich jetzt nicht bedacht der cube der braucht ja ein bisschen bis er da ist okay jetzt ich bin raus ich habe keine ahnung kann ich hier ernsthaft ich kann da ein portal hinsetzen wer war jetzt zu langsam beziehungsweise zu schnell wo ist denn der cube ich habe das gerade nicht muss der cube so der ist jetzt da am hellblauen das heißt er muss jetzt da oben die treffen gleichzeitig ein nein die treffen gleichzeitig ein Äh, warte mal. Oh! Ach, scheiße, ich muss ja da unten auch noch dran. Ich blick hier nicht mehr durch. Nee, tsch. Äh, nee, auch Quatsch. Warte mal. Mann, oh, ich will nicht mehr. Wie kann ich das denn jetzt teilen? Der Cube, der muss ein bisschen schneller. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Ach du Scheiße, ist ja noch schneller. Das war kein Sinn. Jawohl. Jawohl. Endlos loop. Ja, da gucken wir uns jetzt ein paar Mal an. Scheiße, so. Ah, Errungenschaft reingeschaltet. Danke, mehr wollte ich gar nicht. Mann. Da kann ich nix bauen. Und jetzt haben wir dasselbe wie vorhin. Ach so. Ich hab keine Ahnung. There you are. Resting. Jetzt. Hahaha. Jetzt geht der Cube da unten lang, ey. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Da bist du, hibernierst. Die Fendung des Produktes. Rest in. Hä? Moment. Das wurde aktiviert. Da bist du. Hibernating. Jetzt muss ich das da oben noch optimieren. Das dauert zu lang! Okay. Ich brauche Zeit. Ich werde geklappt hier. Optimal! Elegant ist was anderes, aber... Funktioniert? Komm, konvoi. Bitte jetzt aber. There you are. Goodbye. Die fahren ja alle runter! Nein, das habe ich nicht bedacht. Na, die 34... Ich bin... Mach ich später. Hab ich jetzt grad... Nee. Bin durch. Eile nicht verweile! Ach, da unten. Ja, easy! Guck mal! So. So. Zack. Zack. Testen wir. Cool. Ach nee. Scheiße. So meine ich natürlich. Ja, guck mal easy. So. Das hätten wir. Ähm... Okay. meistens. Neh. Neh 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 neh, neh neh neh! Das wird niks. ok das war jetzt ziemlich simpel das war einfach erschreckend einfach und das sieht kompliziert ein würfel für jedes geschütz ach du ja wie sie gar kein problem und so da ist noch sprungsoße sehe ich gerade die können durch die laser durch das habe ich gelernt easy das geht okay fangen wir an learning by du inski wie soll ich das dahin kriegen warum ist da was zum bauen ich wette ich muss das da schief rein dengeln da kann ich durchbauen natürlich natürlich nicht da kann ich gar nichts bauen das ist eine befestigung was soll ich denn da ich habe nichts gesagt das funktioniert erst rein du klunk ja jetzt landet das da oben herzlichen glückwunsch wei ja jetzt Ich habe nur Versuche. Ah, falsche Richtung. Jetzt. Ich könnte auch noch... Nein. Wie viel kann ich hier verschieben? Oh, ich kann... Oh, okay, 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 okay. Ja, ja, ja. So, das hätten wir. Nächster Patient, bitte. Ist eigentlich egal, welchen wir davon nehmen. Einer muss da unten noch was aktivieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und... Gut, einen könnte man relativ simp... Vibriert denn die Anzeite da, mein Handy? Bestimmt wieder Ebay oder sowas. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Ja, der macht nichts. Der ist harmlos. Der macht den hier und dann... Ja, da passiert... Super. Super. Kann man den drehen? Kann man... Ja, den kann man drehen. Das bringt absolut gar nichts. Okay. So viel Mord vom Thema. Kümmern wir uns um den hier. Das ist einfach. Das muss... Töngel. Töngel. Ne, der macht auch keinen Sinn. Ach so, wo müssen eigentlich die... Die Staplerinskis alle rein? Ach so, okay. Zack, zack, zack. Gut, dann... Dann machen wir das mal eben. Dann machen wir das mal weg. Dann machen wir hier ein neues Sinn. Für die Gable Staplers. Dann haben wir das schon mal. Zack, zack. Das macht Sinn. Und dann bauen wir hier unten die Brücke. Dann haben wir das schon mal. Dann ist das weg. Das ist ja klar wie... 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 Hm, das ist schon. Hält. Passt. Wunderbar. Zack, zack. Der ist ein Problem. Oh, guck mal. Guck mal. Ui. Ich glaube... Das Gelbe machen wir mal da hin. Ja. Nein. Ne, nach rechts muss ich, glaube ich. Dann haben wir den Turret auch weg. Das war... Ne. Ich muss doch in die andere Richtung. Schönen. Ja, das sieht gut aus. Der ist... Jetzt ist der genau auf der Brücke drauf. Jetzt muss ich noch irgendwie den Knopf hinkriegen. Und der ist da auch noch im Weg. Aber... Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ne, da können die nicht durch, ne? Oder wie war das nochmal? Ich müsste den so treffen, dass der hier runterfällt. Kann ich das hier... Das wäre auch zu schön gewesen. Ne, das funktioniert nicht. Tja. Tja. Der muss beide mitnehmen. Boah, der fliegt, der fliegt, der fliegt. Scheiße. Guck mal, wo der landet. Oh, jetzt haben wir noch einen übrig. Jetzt haben wir hier den roten noch. Das macht keinen Sinn. Das geht nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Ja. Der rote. Wie kriege ich denn jetzt da hin? Nein! Das geht, glaube ich, gar nicht. Hm? Ach so. Warum? Was mache ich mit dem jetzt? Machen wir weg. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Naja. Ach, das ist der Cube. Der muss weg. Der nervt. Komm, hier. Da. Ne, das macht keinen Sinn. Da, bitteschön. I don't hate you too, ey. Aber sowas von, da glaubst du ja nicht, oh. Wo kann man den hinmachen, ohne dass er stört? Da. Da geht er kaputt. So. Jetzt brauch ich das Rote. Da. Jetzt brauch ich das Gliederne. Da. Ich muss den Weg halt verlängern, weißt du? So, da stört er länger. Nein. 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 Der braucht zu lang. Warum braucht der so lange? Welcher ist das? Ach, das ist der. Kann man das nicht schneller machen? Die Frage ist halt nur, wie. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen, dass da unten noch eine freie Fläche ist. Oh. Ah. Der hat den Coop, den brauchen wir nicht. Da geht er schön kaputt. Yes. Hibernating. Problem ist so, die Brücke, die hält nicht. Haha. Die hält nicht. Die hält nicht. Die hält nicht. Das ist die unstabilste Brücke ever. Das ist die unstabilste Brücke ever. Oh Gott, 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 oh Gott wie konnte ich nur so naiv sein hat funktioniert nicht die ist einfach nicht stabil jetzt ist sie deutlich dass die frage sind 40.000 lkw die federt richtig hart muss ich noch höher machen ich kann die gleich nicht noch höher machen gleich ist feierabend wenn das jetzt nicht funktioniert dann bin ich raus geht doch super level 10 ein drittel geschafft das war's für ich weiß nicht welcher tag es war vielen herzlichen dank fürs zusehen es macht irre spaß es ist irre verzweifeln und so weiter ich bin raus bis zum nächsten mal tschüss